Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den nächsten Deal aus der Black Friday Woche und zwar diesmal um einen richtig guten Kopfhörer, genauer gesagt meinen Lieblings-Kopfhörer in der Rubrik unter 100 Euro. Wir haben uns schon viele Kopfhörer angeschaut, dieser sticht einfach immer wieder hervor und den gibt es heute tatsächlich noch im Deal. Deswegen, wenn ihr ihn haben wollt, seid da definitiv schnell. Anstelle von 55 bekommt ihr ihn heute für 40 Euro und das ist tatsächlich ein richtig, richtig guter Preis für diesen Kopfhörer. Es geht um den Chaotronics Over-Ear. Link zum Deal ist einmal in der Infobox. Dort gibt es nochmal alle technischen Details und unter dem Produktpreis zusätzlich nochmal ein 4 Euro Rabattcode. Somit kommt ihr dann am Ende an der Kasse auf glatt 40 Euro raus, was das Ganze natürlich nochmal viel, viel schöner macht. Der Over-Ear von Chaotronics hat zunächst einmal sehr, sehr viele Features, die mir persönlich sehr gefallen haben zu Beginn. Und das fängt eigentlich bei der Verarbeitung an. Was ich mittlerweile aus der Langzeitperspektive betrachten kann, ist tatsächlich, dass dieser Kopfhörer extremst robust ist. Und das sage ich wirklich mit sehr, sehr großen Buchstaben, weil ich, ihr wisst es noch, sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe mit sehr vielen Kopfhörern, unter anderem den Beat Studio damals, weil sie mir einfach sehr schnell gebrochen sind. Die neuen, natürlich, die neuen Generationen, auch der Beat sind deutlich besser geworden. Aber hier ist wirklich ein Kopfhörer, wo ich erwartet hätte, dass zumindest die Knickstellen und die Drehstellen, nämlich diese Stellen, wo ihr den Kopfhörer perfekt falten könnt, nach einer Zeit labbelig werden oder nicht mehr gut reinklicken. Und hier ist das wieder noch passiert. Das Ding ist wie am ersten Tag an sich. Und da kann man wirklich sagen, Chapeau an Chaotronics. Verarbeitung ist hier einfach top. Genauso geht es dann auch weiter an den Teilen, die man nicht sieht, beispielsweise die ganzen Membranen. Auch hier ist die Soundqualität permanent top geblieben. Man hat extrem gute Bässe bei den Chaotronics. Kann ich nur immer wieder sagen, wenn ihr einen Kopfhörer sucht, der sehr basslastig sein kann, wenn man das mag, dann ist dieser hier definitiv der Richtige für euch. Macht Spaß und scheppert vor allen Dingen auch bei intensiver Nutzung oder nach mehreren Monaten, nach bei mir jetzt schon fast über einem Jahr, scheppert es immer noch nicht. Es ist sehr, sehr gut wirklich, was der Sound hier wiedergeben kann bei den Chaotronics. Bluetooth 5.0 ist damals verbaut worden. Absolut stabil, die Verbindung. Klar, mittlerweile Bluetooth 5.1 schon am Start. Aber man kann deutlich sagen, hier reicht das absolut. Ich habe keine Verbindungsabbrüche und die Soundübertragung ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Die Spielzeit, der Akku. Ganz, ganz wichtiger Punkt bei OverEars. Guckt euch das immer sehr genau an. Wie lange halten die Dinger durch? Gerade wenn sie aktive Geräuschunterdrückungen haben, ist das Akku belastend. Im Normalfall hier habt ihr tatsächlich trotz der aktiven Geräuschunterdrückung eine sehr, sehr gute Akkulaufzeit. 40 Stunden gibt der Hersteller an. Ich würde sagen, ja, können die Dinger schaffen. Kommt immer so ein bisschen auf die intensive Nutzung an. Aber zwischen 30 und 40 Stunden werdet ihr mit den Dingern immer locker hinkommen. Und das macht natürlich Spaß, gerade wenn ihr auch mal länger unterwegs seid oder habt die Dinger einfach im Alltag gerne auf. Ihr werdet sie in einer Woche vielleicht maximal einmal laden müssen. Bei normaler Benutzung ist das absolut ausreichend. Man muss wirklich sagen, seit TaoTronics die Version auch abgegradet hat, ist leider dieses Transportcase weggefallen. Hat TaoTronics nicht mehr mit drin. Allerdings haben die mittlerweile so eine Art Transportbeutel mit drin. Auch der ist sehr schön und reicht auch absolut aus, da die Dinger wirklich robust sind. Gerade wenn sie zusammengefaltet sind, könnt ihr sie perfekt auch transportieren. Man muss wirklich sagen, insgesamt sind die TaoTronics eigentlich für jeden geeignet. Der auf der Suche ist nach sehr, sehr guten Over-Ear-Kopfhörern, Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörern, die gleichzeitig aber auch mit Kabel betrieben werden können. Das heißt, ihr seid hier sehr variabel im Einsatzbereich und habt einen sehr guten Sound-Preis-Leistungsverhältnis. Stimmt absolut und macht hier sehr, sehr viel Spaß, muss man wirklich sagen. Insgesamt wirklich ein super Deal für alle, wie gesagt, die auf der Suche sind nach solchen Kopfhörern. Link zum Deal ist einmal für euch in der Infobox. Heute könnt ihr 15 Euro sparen. Sehr, sehr guter Black Friday Deal. Von daher nutzt das definitiv aus. Und wenn ihr Fragen zu den Kopfhörern habt, gerne einfach alles einmal in die Kommentare schreiben. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten, dass ihr noch rechtzeitig diesen Deal wahrnehmen könnt. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Lasst gerne hier auf YouTube ein Abo da. Macht's gut, Leute. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bleibt natürlich auch smart. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Vielen Dank.